Schieb! Ich habe zu schnell gewählt beim Ausgang. Jetzt gehe ich raus und komme nicht vorbei. Wer Brems verliert, würde ich sagen. Das ist echt eine Strafe. Oh, ich hatte eineinhalb Sekunden Strafe schon abgebaut. Wie ein richtiger Fettel. Dann kannst du keinem erzählen. Was? Ich hatte so einen Sprungwasser vor. Und dann... Ups! Oh Mann, ey! Mein Auto ist leicht kaputt. Ja, wir gehen an die Box. Oh Mann, da sieht man ja ungefähr, dass die drei jetzt schon mal in der Gruppe leichter sind. Alter!